Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an die Technik, danke an die Technik, danke an die Organisation, danke an die Falko-Mann, danke an alle Grünen, die dabei waren, und danke allen! Worüber hattet ihr bevorzugt noch nicht sprechen wollt, ist die Fabel, die euch so gefällt. Es wird ein anderer Wind und wer, wer garantiert, dass wir uns morgen noch gegenüberstehen, um irgendwohin zu gehen. Wir werden sehen. Ich seh alles am Boden passieren, Töchter Europas, frank und frei. Und ich verzicht wie nichts auf meine Green Cards, wobei vielleicht dann wohl ein bisschen rein es sei. Worum es mir geht, ist, dass du mir vergibst. Ich weiß, du magst davon besprechen, aber wenn wir wissen, doch wir Europa heißen, und uns wird dann vermissen. Ich seh alles am Boden passieren, dunkle Gestalten, uniformiert in eurer Niedertracht. Und wie lange noch steht eurer Inszenierung entgegen, unser Saft in Übermacht. Es geht um Mützen der Vernunft, und die Bohem, und die Bohem, bohemisiert, unterklassiert, als Traktionär, als Sekundär, primär, wollen wir die Dame auf hierher, der sind heute noch vor dem Mond ohne mehr. Im Stuhl. Im Stuhl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020